Es gab diese legendäre, fast schon in die Fabelwelt zu verweisende Erzählung über die Entstehung des Airbags mit dem Jäger, mit dem Förster Hohenester, der so in Selbstversuchen festgestellt hat, dass wenn er seine Fläche vergrößert, sein Volumen damals vergrößert, dass er dann eher die Chance hat, an der Oberfläche zu bleiben. Wer diesen Gamsbock im Rucksack gehabt hat, in eine Lawine kommt und merkt, wie ihn dieser große Rucksack nach oben drückt. Das ist dann sicherlich ein Erfindergeist, der sagt, der Moment einmal, mache ich es mal mit Kanistern, mache ich es mal mit einem aufgeblasenen Ballon. Erfahren habe ich ganz profan über einen Artikel, ich glaube im Handelsblatt und interessiert hat es mich, weil ich selbst in einer Situation war, die sehr dumm hätte rausgehen können und dadurch war ich natürlich sensibilisiert für das Thema. Da gingen bei uns dann die Entwicklungen los. Der Beginn der Airbag-Historie kann man schon sagen, war 1985 zur ISPO. Der Erfolg war nicht sehr groß. Mein Vater war vor knapp über 30 Jahren mit involviert, einer der ersten, der mit dem Thema Lawinenrucksack in Verbindung kam. Ich kann mich noch gut erinnern, es war 1991. Peter Aschauer hat eine Pressegruppe eingeladen nach Dissentis, um endlich seinen Lawinenrucksack besser bekannt zu machen. Und er hatte zwei sehr stumme Begleiter im Auto, die er dann alle raustragen musste. Es waren nämlich zwei Dummies. Er wollte uns ja da vorführen, dass das Ganze funktioniert. Noch nie hat jemand gesehen, wie sich das aufbläst. Die Rucksackmodelle damals waren natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit denen von heute. Der allererste Rucksack, wenn ich so zurückdenke, erinnert mich eher an den Rollkoffer von heute. Ohne Rollen. Der hatte noch eine relativ kantige, eckige Form. Ab Bess hatten damals keinen Griff, sondern einen relativ großen Ring. Das war so recht plakativ, oder? Jeder, der herkommt, sagt, was ist das? Und dann hast du halt das erklärt. Und das hat eigentlich jeder für total logisch und plausibel empfunden. Ich weiß auch nicht, warum es eigentlich dann noch einmal zehn Jahre gedauert hat, bis das Airbag-System aus solches dann so salonfähig geworden ist, wie es heute ist. Das ganze Bergsteigerwesen ist so an und für sich sehr traditionell. Und solchen Neuerungen, vor allem technischen Neuerungen, doch eher kritisch gegenüber. Gerade die Experten-Szene, die Bergrettung, was da für Vorbehalte waren? Gegenargumente waren vor allem das Gewicht. Wir waren die erste Bergsteiger-Schule, die dann, ich glaube, 90 oder 100 Airbags gekauft hat und die für alle Kurse verpflichtend gemacht hat. Ich denke, dass es schon ein Meilenstein war, dass wir die erste Bergsteiger-Schule waren, die den Wert des ABS erkannt hat. Früher hat man sich über den Sicherheitsaspekt einfach gar nicht so viele Gedanken gemacht. Du bist halt einfach gefahren. Katastrophal. In den 30er Jahren hat gegolten, bevor man einen kritischen Hand befährt, die Bindung lockern. Und damals hat man noch zur Sicherheit eine sogenannte Lawinenschnur hinter sich hergezogen. Die war 20 oder 25 Meter lang. Das war Steinzeit aus heutiger Sicht. Früher hast du ja gar keinen Lawinenlagebericht in dem Sinne gehabt. Und man hat dann aufgepasst und man hat auch noch ein gutes Gottvertrauen gehabt. Und einen guten Schutzengel. Die Zeit, wo ich angefangen habe, intensiv zum Freeriden, da war es definitiv so, dass wenn man mit richtigem Equipment, da hat er einen Helm dazugehört, ein gescheiter Rucksack, BXVS und so weiter, da hat man einen eher als Alien angeschaut, als ich als normaler Skifahrer. Also ein Meilenstein war natürlich sicher weg vom Mono-Airbag zum dualen Airbag, weil das einfach Redundanz bedeutet. Für mich persönlich ist auch die Entscheidung, die Airbags am Körperschwerpunkt nah, also links und rechts, dass auch der Kopf bewegungsfrei bleibt, dass der Blick frei bleibt für eventuelle Ausweichmanöver. Die Variabilität taugt man auch, dass es verschiedene Größen gibt, dass ich auf meine Basisplatte verschiedene Größenbergs draufzippen kann. Nach einer Auslösung oder Probeauslösung sehr einfach wieder zu verpacken. Also das ganze System ist an und für sich sehr überschaubar und nicht komplex und kompliziert. für den Anwender. Ich vertraue heute schon auf die jahrelange Erfahrung von ABS. Das sind jetzt immerhin 30 Jahre und 30 Jahre Know-how. Und da fühle ich mich halt persönlich am sichersten. Wir machen das seit über 20 Jahren, haben wir da natürlich auch diese Erfahrung. Man muss auch ganz klar sagen, einen Vorsprung auf die Konkurrenz. Da hat der Peter natürlich immer wieder weiter geschaut mit den Experten, was sich machen lässt. Und das ist ein ausgereiftes Produkt. Mehr brauche ich nicht. Peter Aschauer hat das Konsegment verfolgt und verbessert. Es geht mir darum, für den Einsatzzweck das optimalste Produkt herzustellen. Daraus ergibt sich, dass das mit absoluter Qualität verbunden sein muss. Weil es eben keine Jacke ist, bei der es nicht so schlimm ist, wenn da mal ein Farbfleck, ein Farbfehler drin ist. Bei uns müssen wir damit rechnen, dass unter Umständen, wenn es nicht funktioniert, dann der Worst-Case eintritt. Und das ist für mich kein Thema, dass wir das vermeiden. Einfach eine Stichprobenprüfung ist bei so einem Produkt nicht getan. Und bei uns verlässt kein Airbag, das Fabrikgelände, der nicht original ausgelöst wurde. Das Produkt selber wird in Niederbayern und in dem Fall Made in Germany hergestellt. Ohne Peter sein Dickschädel wäre das Projekt irgendwann wahrscheinlich mal auf der Strecke geblieben. Dass er nicht aufgegeben hat. Dass er trotz größteren finanziellen Einsatz am Anfang an seiner Idee festgehalten hat. Wie man sieht, hat ihm die Hartnäckigkeit doch recht gegeben. Er macht das so ewig lang, ist mit vollem Herzblut dabei und das spürt man halt bei der Firma auch so. Man ist ja nie gefeiert von einer Lawine und das haben wir ja schon alle mal erlebt. Man kann Lawinen nicht prognostizieren. Ich habe eine Schwester, die war schon in der Lawine verschüttet und das hat unsere Familie auch damals sehr getroffen. Das kann eben auch als alter Hase passieren, dass man wirklich mal reinfährt und das Ding geht runter. Und dann ist es gut, wenn man ziehen kann. Sicher ist man nie, man weiß nie, welcher Hang passt und welcher nicht. Und deswegen gibt es für mich grundsätzlich nur noch mit ABS. Wenn es passiert, dann bin ich schon definitiv froh, wenn ich weiß, ich habe noch einen Schutzenkel im Rucksack, der mir beim Lewinabgang immer noch sehr viel helfen kann. Ich fahre immer dann mit einem ABS-Rucksack, wenn ich weiß, dass ich ins Gelände gehe und dass ich irgendwo abseits des gesicherten Skigeländes bin. Einen ABS-Rucksack möchte ich eigentlich nicht mehr missen. Ich fühle mich aber eigentlich eher nackt, wenn ich keinen auf dem Rücken habe. Und heute hat sich das System einfach am Markt durchgesetzt. Der Felix hat im Winter eigentlich keine Zeit zum Tiefschneefahren. Wenn er dann geht, dann ist er natürlich auch so ausgestattet und mit Lawinen, Rucksack und allem, was dazugehört. Ich glaube, es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis es wirklich Standard ist, dass zum professionellen Risikomanagement am Berg auch Verwendung von ABS gehört.